so willkommen leute wir sind hier gerade in so einem komisch aussehenden untergrundbau ja genau jetzt versuchen wir dieses wrestle zu lösen untergrundbau ja untergrundbau ok wo gehst du hin weiß ich noch nicht irgendwo da war ich hui wie fällt der aus heute wahrscheinlich unendlich unendlich ja da ist ein Knopf ach da kann auch die Portale Pflanzen Pflanzen wenn das du musst auf jeden Fall mal gegen den Knopf so käme in der Ruhe und Schwung aufbauen da kann man irgendwo obi gehen wir müssen mit irgendwo Schwung aufbauen ah da vielleicht da da kann man obi da ja ja chill du musstet mein Portal hin egal ähm ja aber man kann obi hüpfen ja drrrr 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 ich glaub den hätte man fangen müssen das Ding in der Luft ist muss ich quasi springen und den dann fangen, was? Wo fällt denn das sich? Also dann machen wir das so, so. Einfach gerade aus in der Luft und fällt dann runter. Und du setzt deins da hin und da unten halt. Also da hin und da hinten. Und da hinten. Genau. Und jetzt springst du runter. Dann springst du runter. Und du musst den fangen. Ah genau, da ist er. Ah, wunderbar. Boah, gerade noch, Junge. So, und jetzt muss ich meinen Rolls durch hier sitzen. Aha. Und jetzt? Intelligent. Und jetzt, ähm... Genau, auf mich. Ehrlich gesagt, was ich gerade nicht mache, was wir machen, ne? Ah, ich hab schon gesehen. Och, Junge. Geh mal Ektor. Ich hab mal in die Beine. 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 Ah, was passiert, wenn ich das mach? Ähm... Alles turned red. Und jetzt? Ah, der Lüfter da hinten schalt sich aus. Und ein Dein Gott 2000 ist wieder da. Und hat mich angestupst. Ähm... Jetzt kann man da durchhupfen durch den. Da sitzt ein Portal. Und da unten springt man. Okay, dann, äh... Hupfen wir da durch. Äh... Du hast es nicht ausgeschaltet. Eigentlich schon, ja? Nein. Du musst es nur im richtigen Moment machen. Ja, der ist auch nicht laufen. Ja, du musst den Tod los in den Cube. Ja, eben. Es ist der. So, jetzt los nochmal. Genau. Ah... Wunderbar. Boah, was ist denn das? Wie käme ich jetzt da hin? Am besten gar nicht. Ah, Partner View. Fan Shutdown. Oh, cool. Du musst es jetzt auch mit dem Laser powern. Mhm. Hm. Ach, warte, da oben bist du drin. Mhm. Chill mal, also ich hätte zumindest da so eine komische Fläche. Das heißt, wenn ihr Portal irgendwo da hinmacht... Ah. Kommt das hier bei dir? Wo? Kommt das irgendwo bei dir auch? Ah, ja, da, da ist's. Ja, dankeschön. Super. Das habe ich gebraucht. Äh, äh... Weiter unten? Brauchst du ein wenig weiter unten, genau. Jetzt ist es zu weit unten. Na, immer nur weiter auf, weiter auf, weiter auf. So. Perfekt, perfekt, perfekt. Na, jetzt ist es wieder weg. Ähm. Mach's wieder. Äh, ich komm. Geht's jetzt? Ja, der Laser hat sich deaktiviert... Aua. Der Laser hat sich deaktiviert und... Aber der Fan ist auch stehen bleiben. Gut. Okay, warte, wo ist denn der zweite? Acht da. Eins, zwei. Super. Am besten macht man das immer mit dem, mit dem Ingame 3, 2, 1. Weil das ist dann eben genauer, glaube ich. Oh, wie der CD finden. Da. Ja, cool. Das schaut so geil aus. Hm. Hm. Very good. You found those useless Blueprints. But I do need to be in the room, so I can see them. I want to be clear. There's no reason whatsoever for you to look at them. Done. I guess. Ah. 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 So und so vielleicht. nicht Prozent doch vielleicht und dann auf die Stimme im Janett das ist fünf das ist aber fünf wollte ich gerade sagen ach doch es ist irgendwie schon rätselig was das denn da hinten drin ist gemäller das hat mir geschlagen wo bin ich zufriedeniert sie Lohr Flickst du auch weg Lohr was ist denn das Extra Courses das ist ein Extra ach so dann ist es schon ja ich glaube die letzten mehr der Schöpfe muss gefunden die so niemand die man gefunden hat man hat es hat mehr waren man muss auch fast auf die du auch Föder die PN ist da oben noch mal diese so jetzt ich bin doch die im Spiel in der LED ja das recht jetzt stupst sie an toll wow ja mir ist egal er steht in der aufnahme drüber oder so naja und nicht stören aber das hat er nicht gelesen ist doch egal ich erkläre das jetzt für unsere zuseher wir haben heute einen stream gemacht und ein netter österreicher hat mit uns gespielt und hat mit uns gta gespielt und ja und wir haben den auf den tss eingeladen und der wollte jetzt wieder mit uns spielen und da ist er auf unseren tss käme um und hat uns angestellt die genau zu mir her weiter in die richtung rome nun ist schön kurz das erinnert mich an das portal 1 ende portal 1 ende ach schön mal schlecht aus kärcher so mir geht es nicht anders na fast du musst jetzt seit einem portal dorthin sitzen wo geht es ja wuchs schon genauer wenn es so bis zu drängen ich bin um mit einer in der abdorf wenn es jetzt tut um als die ist der portal sitzen das andere hier genau und jetzt hat sich meinst du hier siehst du das wie krass wir haben wo heute und 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 da und da ja ein Bild in einem Ort da kommt es leider nicht durch ich habe es gerade gesehen so ich bin da rum das war zwar unbeabsichtigt aber so gestimmt scheinbar aber wir brauchen einen Ball einen Ball ok der Button ist da oben au ja jetzt gehst du da durch also da durch geh durch geh ach chill mal na auf der anderen Seite muss durch geh au oder so jetzt springst du da oben und druckst denn den Ding mach weg ich kann nicht weg machen da oben ist das Gerät das verursacht wirst du schon ach warte springe so runter warte chill so und jetzt springst du auf der Seite runter also da bei mir herrennen genau jetzt drückst du den Ding ja ich habe einen Ball ja aber der geht kaputt der geht aber kaputt wenn man durch die Dings da ja warte das kriegen wir dann noch das heißt ich muss ihn in der Luft auslassen oder was das geht auch nicht nein das geht nicht auch aber so geht es genau chill jetzt spring in T na na das hat nicht funktioniert lauf nochmal durch ach na Basti der ist da der ist da komm rüber ja fast jetzt auch haa 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 tschül haa 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 ja also das waren jetzt die Rätsel und wir haben uns wunderbar frei wenn sie auch unsere nächsten Rätsel aus und damit selbst wenn sie ohne Ingame-Sound sind selbst wenn sie ohne Ingame-Sound sind ja bei dir und damit möchte ich mich von euch verabschieden jo servus bis zum nächsten Mal servus